Hallo zusammen, hier ist wieder der Hotsila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um einen Erfolg, den wir erkunden und dann Battle for Azeroth finden. Und zwar ist es hier der Erfolg zurück in die Tiefen und dafür müssen wir zehnmal das Szenario zurück in die Tiefen abschließen. Und ja, ihr seht gerade hinter uns ist ein Boss und hier auf der Karte steht auch gerufen aus den Tiefen. Das ist genau dieses Szenario und hier ist es so, dass, so wie mir scheint, random alle paar Stunden in Nasjatar ein PvE-Event startet, wo man dementsprechend hier erstmal ein paar Nagerwellen besiegen muss und sobald man die Nagerwellen besiegt hat, kommt dann immer einer von, ja ich weiß nicht wie viele verschiedene Bosse, das sind ich glaube ich habe zwei oder drei bis jetzt gesehen, und die muss man einfach unboxen. Und sobald man das zehnmal gemacht hat, das war gerade zufällig mein zehntes Mal, kriegt man quasi dann dieses Achievement. Heißt, es kommt einmal eine Chatnachricht komplett zonenweit, also ihr seht das dann auch, oder hört das besser gesagt auch, wenn das Ding ab ist. Und zusätzlich ist es dann so, dass ihr noch diesen, wie ihr gerade gesehen habt, lila Totenkopf auf der Map habt, den einfach einmal ansteuern, die Nager killen, die hier sind in der ersten Phase, und in der zweiten Phase den Boss einmal antecken, auch selbst wenn ihr sterbt, bei dem Boss, den wir gerade hatten, stirbt man auch relativ oft mal, wenn man einmal in diesen Zonen stehen bleibt, deswegen bin ich wie ein Irrer rumgelaufen, und dementsprechend hat man dann, ja, seine Achievement, sobald man das zehnmal gemacht hat. Zusätzlich droppen die auch noch einen Ruf-Token, und dementsprechend lohnt sich das auch noch, wenn man Ruf farmen will. Das war's eigentlich schon, mehr ist es nicht, einfach ein bisschen aufmerksam sein, wenn hier die Chatbubble aufgeht, beziehungsweise mal ab und an auf die Karte gucken, dann ist das eine relativ leicht gemachte Sache. Und ja, wieder schöne zehn Achievement-Punkte mehr. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement-Guide, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Telar, bis zum nächsten Mal, ciao!